So, da wären wir wieder und zuallerallererst, bevor wir das Spiel weiterlaufen lassen oder sonst irgendetwas anstellen, sollten wir hier das Krankenhaus ausbauen. Dafür bräuchten wir zuerst mal einen ordentlichen Boden, denn ich kann es mir nicht vorstellen, dass es sehr hygienisch ist, wenn zwischen den Krankenbetten Pilze und Büsche wachsen. Also B, C, F für Floor. Ja, eine Straße wäre sinnvoller, weil es weniger Ressourcen verbraucht, aber ich will keine Straße in meinem Fort drin haben. Also, außer hier auf dem Zugangsweg, das geht noch. Aber alles ab hier ist meine eigentliche Festung und da soll keine Straße rein. Also das werden sehr, sehr viele Blöcke. Wir haben nur 17 Granitblöcke. Wir haben 98 Chertblöcke. Siehe aber komisch aus, oder? Wie groß ist der Bereich eigentlich? I? Das ist der ganze Bereich hier. Wir könnten es dadurch farblich markieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 x 9 sind 81, da werden fast alle Chertblöcke weg. Ich weiß, wir könnten draußen die Straße nicht weiter bauen. Nee, wir warten einfach. Aber wir wollten ja eigentlich gerade nicht warten. Also machen wir einfach nur da, wo es am nötigsten ist. Erstmal was hin. Nämlich hier am Rand, wo die Betten hinkommen. Granitblock, Granitblock. Und hier am Rand, wo die Kisten hinkommen. Granitblock, 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 Granitblock. Und nochmal hier so. Damit dürften die Blöcke auch alle weg sein. Zwei sind noch über. Wow. Gut. Also das lassen wir mal ganz schnell aufbauen. Dann kommen da die Betten hin, die wir hoffentlich noch über haben. Ich sehe hier aber keine Betten auf dem Stockpile. Doch eins. Zwei. Zwei Betten. Ja, das müssen noch mehr werden. Wir hätten gerne ein Bett. Besser gesagt, zehn Betten. Weil wenn man eins produzieren kann, kann man auch zehn produzieren. Kommen die Karawane wieder raus? Ja, kommt sie. So, was macht unsere Miliz? Ist die gerade überhaupt aktiv? Grunt? Ne, ist sie anscheinend nicht. Sonst wären die alle hier unten markiert. Verstaut ein sich gehörendes Item. Also sich gehörender Gegenstand. Äh, okay. Er trainiert. Und die hier haben alle keinen Job. Aber ich finde es schön, dass manche von denen einfach so in ihrer Freizeit trainieren. Vor allem Webster, der schwer verwundet ist. Ähm, ja. Also könnten wir sie theoretisch demnächst wieder einziehen und hier stationieren lassen. Obwohl momentan nicht so viele Zwerge draußen unterwegs sind. Und warum blutet der Hund da? Oh. Okay. Ne, das sind die Zivilisationen. Ich wollte eigentlich gucken, ob irgendjemand angegriffen hatte. In welcher Reihenfolge ist es also? Oben sind denn die neuesten Nachrichten. Der Goblin-Schwertmeister kämpft. Das war schon eine ganze Weile her. Und er war derjenige, der Zück 70N umgebracht hat. Mit einem Kupfer-Skimitar, der tief in die Wunde eingedrungen ist und sich da festgesetzt hat. Aber gut, anscheinend war der Kampf mit dem Hund hier schon länger her. Es könnte der Hund sein, der ganz am Anfang hier am Eingang des Falls angebunden war. Und der den einen Zwergendieb angegriffen hatte. Ist also ein richtiger Kriegsveteran. Oh, was haben wir? Ich bin die ganzen Sachen hier drauf. Die haben wir noch gar nicht geclaimed, ne? Ne. Alle mal ganz fix claimen. Ne, die nicht. Einzelne Bolzen, äh, da gehen bei mir immer noch Warnlichter hoch. Also früher in den Versionen wurden die nicht wieder gesteckt. Und dann hat ein Kampfzwerg, der mit Armbrüsten gekämpft, hat halt nur ein Stack mitgenommen. Und der Stack war ein Bolzen groß. Also hat er sich diesen Stack mitgenommen, ist losgelaufen, hat auf einen Goblin geschossen. Einmal. Und ist dann sofort wieder zurück zum Stockpile gelaufen, um einen neuen Stack einzusammeln. Das war nicht so lustig. So. Es gab auch noch die Idee, wir könnten ja eine Mauer bauen. Also eine Mauer um diesen Bereich hier vor dem Vor zum Beispiel, damit wir in Ruhe Holz hacken können. An sich keine schlechte Idee. Was spricht dagegen? Erstmal ist es viel Arbeit. Und ich wollte eigentlich eh drinnen irgendwo unseren Wald bauen. Da wir jetzt hier Zugang zum Höhlensystem haben, werden auch indoor die Pilze wachsen, zu Bäumen irgendwann. Also Pilzbäumen. Das heißt, wir brauchen nur einen guten Platz. Und es muss Lehm oder andere Dreck sein, worauf die wachsen können. Also auf dieser Etage zum Beispiel könnten wir hier rechts und links einfach eine ganz große Fläche ausbauen, wo denn die Pilze drin wachsen können. Eher hier und hier. Da ist eh nichts. Also machen wir hier mal ein Loch. Und dann von hier aus. So. Ist ganz schön groß. Also es dürfte nicht einstürzen, aber es sieht ganz schön lächerlich aus. Ähm. So. Es ist jetzt ein bisschen breiter als unser Standardturm. Und in der Mitte machen wir einfach so einen kleinen Stützpfeiler. So. Reicht das überhaupt? Ne, es reicht nicht. Mehr. Ähm. So. Jetzt haben wir auch wenigstens genug Platz, dass da auch wirklich Bäume wachsen können. Weil die wachsen ja recht sporadisch. Also mal hier, mal da. Man kann sie nicht wirklich anpflanzen wie im gewissen anderen Gnomenspiel. Das finde ich da schon recht praktisch. So. Das ist jetzt erstmal unser erster Tower Cap Wald, der geplant ist. Der zweite kommt dann hier eine Etage höher hin. Und eventuell noch hier. Aber dann ist das Wasser im Weg, oder? Ja. Äh. Ärgerlich. Ne, ne. Das kann so nicht sein. Symmetrie und so weiter. Also das kommt alles weg. Dann machen wir das von hier aus einfach ein bisschen höher. So. Dann sind wir jetzt schon überhalb des Wassers. Und von hier aus können wir dann... So. Ist doch mit jedem mal größer, oder? Ne. Ist noch okay. So. Da. 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 Und da. Stützpfeiler. So. Also hier ist Tower Cap Nr. 1. Hier kommt Tower Cap Nr. 2 hin. Und hier Tower Cap Nr. 3. Ich hoffe einfach mal, dass da hier auch die gleichen Wände und Gesteine sind wie hier. Es wäre doof, wenn wir jetzt hier auf richtig Gestein stoßen würden. Und nicht auf Dreck oder Lehm oder was auch immer hier gerade so ist. Aber bisher schaut das ja ganz gut aus, wie er sich da so durchfrisst. Das geht schön schnell. So. Essen und Trinken. Trinken ist langsam echt ein Problem geworden. Was machen unsere Brauleute? Kein Befehl. Was sagt unsere Küche? Caveweed kann verbraut werden. Sweetpots kann verbraut werden. Und trotzdem kommen die Brauer nicht. Doch da. Wenigstens einer von den beiden. Und ja, wir haben noch zwei Brauer. Ah, da ist der nächste. Okay. Soll ich mal ein Auge darauf behalten? Denn anscheinend brechen sie es recht häufig ab. Aber jetzt scheint es zu funktionieren. Okay. Spätestens in 5 Minuten nochmal vorbeigucken. So, die Nestboxes oben sind da. Und die sind von einer Henne und von einer ganz bisher geclaim. Das ist doch schön. Bauen wir gleich mal noch einen dahin. Und machen noch ein Loch dahin und dahin und dahin. Und haben keine Nestboxes mehr. Ah, okay. Das kann man hier ändern. Äh, wir hätten gerne eine Rock-Nestbox. Besser gesagt 5. Denn die vermehren sich ja hoffentlich auch noch. Und was sind das eigentlich für kleine Dinger? Ein Cavey. Stray Cavey Pub. Waren das die Meerschweinchen? Ein kleines Nagetier ohne Schwanz. Es, äh, man kann es finden in den Grasländern, in Herden, die umherziehen. Es hat nur 3 Zehen auf seinen hinteren Pfoten. Er ist sehr fett und sehr enorm. Er hat pumpkinfarbene Haare. Also orange. Seine Haut ist, äh, Cinnamon. Das ist ein Gewürz. Wie heißt das noch gleich? Crepe mit Zimt und sogar Zimt. Seine Haut ist Zimtfarben. Seine Augen sind schwarz. Also ja, ich glaube, das ist irgend so ein Nagetier. Also entweder ein Hamster oder ein Meerschweinchen oder sonst was. Das heißt, die können wir alle schlachten. Sonst werden das viel zu viele. So, wo ist unser Cavey Pub? Stray Cavey Pub, da. Wir müssen alle weg. So, die Katze müsste eigentlich auch weg. Dürfen wir ja nicht und so. Und die Ratte ist nicht zahm. Wir könnten die Ratte schlachten. Wir können Rattenfleisch essen? Auch nicht schlecht. Aber wir können die Ratte nicht zu einer Kriegsratte ausbilden. Das ist doch schade. Na gut. Das Wichtigste ist erstmal, dass die ganzen Meerschweinchen wegkommen. Und unsere Brauer sind immer noch am Brauen. Sehr schön. So, was hatte ich noch? Warum wird hier nicht weitergearbeitet? Und da war ein Stein im Weg. Den können wir, glaube ich, wegsmoosen. Ja, jetzt seht ihr hier den Befehl, dass daran gearbeitet wird. Das heißt, dieser Stein wird dann weggemacht und man kann dann später drüber bauen. Hier sind noch ein paar Büsche im Weg, aber die dürften wir eigentlich so wegplanieren können. Konnten wir da ja auch. So, die Karawane der Elfen zieht ab. Das ist gut. Dann können wir gleich die Stockpiles überprüfen. Denn ich will ja schauen, ob wir nicht noch ein paar neue Waffen und Rüstungen herstellen können. Und die Gitter sind immer noch nicht neu da. Oder die Käfige. Aber dafür ist das Hospital, das ich ja eigentlich die ganze Zeit machen wollte. Inzwischen ein wenig ausgebaut. Das heißt, wir bauen da ein Bett hin. Inzwischen haben wir noch ein paar mehr. Das können ruhig schlechte Betten sein. Die sollten ja eh nicht allzu lange da drin liegen. So, vier Stück da. Und machen wir sicherheitshalber nochmal vier Stück unten. Man weiß ja nie, wie schlimm das wird. Außerdem Symmetrie und so. So, dann hätten wir noch gerne ein Container. Ne, kein Kennel. Ein Container. Und zwar aus Jet, das ist okay. Noch ein da. Und kein Bett. Container. Auch aus Jet. Und auch aus Jet. Damit wir das ganze Verbandsmaterial und die Seife und den Faden, alles andere auch einlagern können. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Streckbank. Das Handy hieß Traction Bench oder so. Genau, Construct Traction Bench. Zwei Stück. Das machen die Mechaniker. Wenn sie dann irgendwann mal Zeit haben vom Fallen, also Mechanismen herstellen, den Fallen wieder aufbauen und allem anderen. Und sie warten auf einen Architekten. Da gucke ich doch ganz kurz mal einen Dwarf Therapist, ob wir überhaupt noch Architekten haben. Ach, Architekt. Alle unsere Masons und alle unsere Mechaniker haben Architekt. Komisch. Und da wird gerade ganz viel Stoff geliefert. Sehr schön. Warum geht er nicht ins Krankenhaus? Haben wir überhaupt den Arzt eingestellt? Nee, wir haben den Arzt noch gar nicht eingestellt. Das könnte auch erklären, warum er nicht versorgt wurde. Das heißt, wir wählen jetzt hier unseren Arzt aus. Wir hatten irgendwo einen Doc. Da hat er auch schon einen Namen bekommen. Lewa Friesel. Da. Und Gerogon will schon wieder was. Wir sollen Crossbows machen. Okay. Wir hätten gerne Wooden Crossbows. Zwei Stück. Wenigstens ist es immer nur Armbrüste. Das kann man ja schnell herstellen. Es wäre schlimm, wenn er irgendwie Sachen aus Gold oder Platin oder sonst was haben wollen würde. Ah, wir haben den Doc jetzt eingestellt. Gerogon will auch noch ein größeres Office haben. Der Stuhl ist ja inzwischen da. So. Assigned to Gerogon. Das heißt, er ist jetzt komplett hier oben angekommen. Das heißt, hier unten können wir alles abbauen. Alles weg. Und das dann hier erstmal schleifen lassen. Also, die Bände schleifen lassen. Weg, 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 weg. Und die ganzen Schertsachen können wir dann eh in die Müllpresse schmeißen. Oder bei der nächsten Karavane verticken. So. XX. 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 Oh. Da wird sich gleich der Chef der Miliz aufregen. Weil wir sein Büro auch schon abgerissen haben. Aber das können wir unten ja auch gleich wieder aufbauen. Äh, oben. Hier wäre das. Also, ein Office für Hex, ein Dining Room für Hex und ein Schlafgemach auch für Hex. So. Meckert irgendjemand? Nein. Alle haben, was sie brauchen. Nur der Gerogon hat halt sein Mandat. Aber das arbeiten wir ja schon ab. Sehr schön soweit. Was sagt nicht die Kaverne? Was sagt das Hospital? Das Hospital sagt, ich kriege ganz, 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 ganz viel Stoff geliefert. So viel werden wir niemals brauchen. Aber warum wird unser Verwundeter nicht versorgt? Das finde ich jetzt komisch. Ich glaube, es gab irgendwo auch ein Menü für die Verwundung. Genau da. Also erstmal Z für den Status hier. Und dann Helz. Das ist jetzt auch relativ neu für mich. Also bei eFaun steht so eine blaue Linie. Aber ne, die steht einfach nur drüber. Welpster ist eigentlich verletzt. Der müsste doch hier auftauchen. Was bedeuten die Dinger da? Direction Request, Setting Request. Die scheinen wohl verletzt zu sein. Würde jedenfalls Sinn machen. Also der Kriegshund, der Kriegshund und Welpster. Und sonst keiner. Doch da, der peregrine Falke hat sich verletzt. Ja ne, ist nicht so wirklich wichtig. Aber hier Welpster. Der vierte Finger seiner linken Hand ist total zerquetscht. Und dafür ist keine Pflege vorgesehen. Also er soll nicht verarztet werden. Okay. Und er wurde schon verarzt. Also alle anderen Sachen wurden anscheinend schon behoben. Gucken wir uns mal an. Wunden. Ah, vierter Finger, linke Hand ist rot. Die linke Lunge ist blau. Und der Upper Body, den kann ich mir nicht genau angucken. Denn sobald ich runter scroll sehe ich ihn nicht mehr. Und sobald ich hoch scroll, ist er gelb, weil er markiert ist. Ah. Na gut. Aber anscheinend wurde er schon verarztet. Und das ist das Wichtigste. So. Und für jede Folge hier unten schön den Weg weiter bauen. Hoffentlich haben wir inzwischen genug Granitblöcke. Ne, 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 zwei. Das reicht nicht. Ja, die Mason haben zu viel zu tun. Aber wenigstens die Straße draußen geht voran. Und die Wildschweine werden fleißig geschlachtet. Oder die Meerschweine. Oder die Schweinschweine. Ihr wisst schon was ich meine. Und das sieht immer noch cool aus mit den ganzen Wohnungen hier. Aber gut, speichern wir erstmal ab und in der nächsten Folge gucken wir dann weiter. Also bis gleich.